Hey Leute, was geht? Willkommen zu dem Video. Heute werde ich neuen Wubbeln aufwecken und warte mal, ich gehe schnell zur Katteninsel. Ich muss noch zwei Schwemmeinboxen in denen. Sekunde, warte mal. Okay, hier der erste, den schiebe ich jetzt mal. Ich werde Screamu aufwecken. Und hier ist der zweite Schwemm und ich warte, ich gehe mal auf die Inventar. Ihr könnt sehen, hier ist alles drin, außer noch einen Schwemm, den ich jetzt reinseppe. Jetzt gehe ich mal direkt zur Wubbeln Island und hier ist sie. Ihr seht, ich habe eine kleine Sinnform und so und hier könnt ihr sehen, da habe ich so ganz viel auf einem. Und hier unten habe ich auch den Typen, der macht. Ich habe die ganze Statue nach links gesetzt. Warum nicht? Auf jeden Fall werde ich auch mal ihn aufwecken endlich. Hier ist der Knopf und schaue ich das an. Boom, da ist er. Und jetzt werde ich einfach. Und hier seht ihr, jetzt seine Kollektion. Jetzt werde ich einfach stoppen und ich weiß, ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst. Wake up the Wubblins, wake up the Wubblins. Wake up the Wubblins, wake up the Wubblins.